...macht die Punkte, indem sie die gegnerischen Blocker überrundet. Die Blocker spielen Defensive und Offensive gleichzeitig. Für diejenigen, die zum ersten Mal hier sind, sucht euch einen Spieler auf dem Feld aus. Kann ein Jammer sein, kann ein Blocker sein. Die Jammer sind diejenigen mit dem Stern auf dem Helm, dass so die, die die Punkte machen können. Und das Ganze unter Kontrolle zu halten, haben wir insgesamt sieben Referees auf Skates. Und noch eine ganze Horde von unseren liebenswerten Flamingos, von den Non-Skating-Officials, die den unerwarteten Job des Papierkrams erledigen. Und gleich geht die Hand von unserem Jam-Timer hoch. Das heißt, wir haben noch fünf Sekunden bis zum Anpfiff des ersten Jams. Und eure ersten Jammer werden sein Wunderwood Vegan für Berlin und Freidengale für die Rolling Rebels. Und der Jammer ist gestartet. Wunder Vegan versucht ihr Glück an der Outside-Line und ist ganz kurz ins Infilt geblockt. Muss deshalb sich hinter den gegnerischen Blockern wieder einordnen. Freidengale an der ehemaligen Teamkollegen Pussy Riot, hängt zu fest, Punkt gerade nicht wirklich vorhört. In der Zwischenzeit liegt bereits vergeben an Berlin, an Wunder Vegan. Und Wunder Vegan bricht den Jam ab, merkt gerade, es war einen kleinen Ticken zu früh. Der erste Jam ohne Punkte für beide Teams. Und ihr seht schon, da hat man sich heute nichts zu schenken. Wie gesagt, beide Teams komplett ohne Niederlagen bisher in der Bundesliga. Und beide wollen natürlich diesen Titel für sich verteidigen. Terminator und Ruthless als Jammer für den nächsten Jam. Und beide Jammer gehen zu Boden. Terminator muss recyceln, muss sich wieder hinten einordnen. Ruthless ein Stück weit nach vorne, aber an einer stabilen Leiterdefensive. Als Ruthless Außenfeld raus und Terminator bekommt Unterstützung von ihren Blockern. Und da ist die erste Camerty, die geht an eine Berliner Blockerin für eine Forearms Camerty. Das heißt, es wurde geschoben mit den Armen, war es noch nicht da. Und in der Zwischenzeit ist Ruthless in der letzten Sinne des Camerals. Und auch Berlin hat die Jammerin ausgetauscht. Wir spielen bei der Perlade gegen Freudengale. Wir Blocker verwirklichen jetzt drei für über 7 Uhr. Und schon mal die Perlade bei Lieber Maxi. Und jetzt stammt die Perlade bei der Perlade gegen Dicht auf die Fersen. Und Freudengale mit viel Tempo ans Pack. Und bricht den Jam ab. Es waren keine Punkte mehr liegen. Drei Punkte für Freudengale. 4 zu 3. Oder 3 zu 4. So, jetzt gehen wir quasi in den vorherigen Jam zurück mit Vendervold und Tiger Lily an der Jammerlein. Beide Teams wieder fast mit einem Blocker in Berlin immer noch mit einem Blocker in Berlin. Und Vendervold und Tiger Lily an der Jammerlein als erster Außenpack. Aber direkt in die Pendelbox und Vendervold als Lead Jammerin im Power Jam. Und die Berliner Blocker hier direkt in die Offensive versuchen ihre Jammerin zu unterstützen. Und Vendervold für 5 Punkte durch das Pack durch. Trägt jetzt noch einen Extrapunkt für die Jammerin in der Box. Sobald sie die erste Blockerin überholt. Und Vendervold in den nächsten Pass. Kommt aber mit dem Toastop ins Infil. Und wird von Anihilay zurückgezogen. Konnt aber nochmal 2 Punkte mitnehmen, bevor sie den Jam abdreht. Und wir gehen direkt wieder zurück ins Spiel. Terminator gegen WandaVegan. Und Terminator startet da ganz langsam. Versuch sich erstens sicherzustellen, dass WandaVegan in der blauen Hoare. wo ihr auch wirklich sicher drin denkt. Das ist langsam auf den Weg macht. Da WandaVegan durch eine kleine Lücke an der Inside Line. Und Terminator, Lead Jammerin, jetzt im Power Jam. Das war, wendet sich hier zu Boxner Münchner. Die Belegenheit für Terminator hier in gutem Ausgleich schon früh ein Spiel zu schaffen. Da ist die Lücke auf den Weg in gutem Sport. Und Terminator auf dem Weg ins Zweiten. Der Storing Pass. Der Terminator ins Infilt gebrockt hier. Von Direct Fight. Der muss sich wieder hinter dem Pack einordnen. Der Terminator wieder über die Outerline, außer Flake gebrockt. Der Turninator in der Storing Pass. Aus der Waffe. Das war der erste Waffe. Der ganze Waffe der Waffe. Der Waffe ist ja ein Thema. Ich zeige euch mal vor, für einen Voll- und Mass. Weitere 5 Punkte, für einen Waffe. Der Waffe wieder auf der Waffe. Und wir haben die ersten Waffe. Bei einer Waffe zu gehen. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Mischofans aus. Danke für das Studio. Und jetzt hier kommt die Warnerschein aus dem Podcast. Und grüßt den Genre-Kapälein, der Dunkel mit ihrem Vorn. So eine kleine Randnotiz zum Scoreboard hier vorne. Natürlich die Punkte. Die 17 zu 11 ist hier die Gesamtpunktzahl. Dazwischen in der Mitte ins Kleine. Nochmal Punkte zu sehen. Das sind die Punkte, die in der jeweiligen Spielrunde von den Jammern gebracht wurden. Also in dieser Runde 4 zu 0 Punkte für Munich Dynamite. Die Runden runterlaufen zwei Uhr. Das ist einmal die Period-Clock, also die Halbzeit-Uhr, die hier runterläuft von 30 nach 0. Und nebendran die kleinere Anzeige, die Jam-Uhr, die runterläuft von 2 nach 0. Und da sind hier die Freizeiliger, der muss. Keu-Uhr! Keu-Uhr. 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 Und wieder ein 1.0 Jam abgebrochen, nochmal ein 4.0 Jam für Mimik Deine Main. Der nächste Jam ist für Tiger, wir leben dann da wohl wieder. Wunderschöner Hit für Mimik Deine Main hier an der Outside. Wendung mit den Schrägen, fließen wieder zurück im Track. Und jetzt geht sich an der Inseret an der Münchner Defensive vorbei. Lied geht diesmal an Berlin. Tiger, Lillie an der Outside, kämpft noch ein bisschen. Und wenn er wollt, im Scoring Pass jetzt. Tiger, Lillie kriegt noch einen ordentlichen Hit von Maniacal Maiden. Und muss dann mal resetten. Aber auch wenn er wollt, jetzt vorne im Pack hier, hat er hart zu kämpfen. Tiger, Lillie wieder ein ordentlicher Hit hier von Maniacal Maiden. In der Zwischenzeit, 5 Punkte für die Berliner. Und Tiger, Lillie hängt dann noch in der Inseret fest. Schöne Defensive hier in der Zwischenzeit vorne im Pack von den Münchnern. In den Münchnern. Hier raus aus dem Pack. Jeder war aber selbst zu Boden. Und das sieht nach dem Ausgleich aus hier für die Berliner. Zwei Locker mittlerweile in der Box. Für die Berliner. Und wir wollen einmal mit einem weiteren Scoring Pass nochmal 5 Punkte nach Berlin mitnehmen. Tiger, Lillie jetzt aus dem Pack aus. Kann jetzt dann auch Punkte machen. Und bei Jammer gewinnt er uns dann. Noch mal schön. Vier Punkte für Tiger. Und die ganze Zeit haben wir gemacht. Benner Reutnik jetzt in der Münchner Defensive fest. Und direkt vom Kurschen-Signal den Jam laufen zu lassen. Und zwei Minuten sind vorbei. Der Jam hat ein Ende. Vier Punkte nochmal. Für Vendor Boys. Ein 19 zu 4 Jam für Barsity Rover Berlin. 25 zu 30. Aber München immer noch dicht auf den Fersen. Ich wünsche jetzt einen kleinen Blocker-Vorteil. 4 zu 3. Terminator für München und Wunderwegen für Berlin. 5 zu 30. 2. 1. 2. 5 zu 30. 3. 2. 2. 2. 5. 4. 5. 6. 5. 6. 4. Und Terminator hier von Pussy Riot ist infiel gelockt, muss nochmal ein Stückchen nach hinten, muss dann nochmal recyceln hinter die Defensive. Und hat da gerade wirklich ordentlich zu tun. Hält sie doch, mach auf, ey! Ja, der Ausgabe ist natürlich mit fünf Punkten und war ausgleich für mich für einmal. Und Terminator geht da an der Outzeit zu Boden, bricht den Jam ab, konnte auf jeden Fall Punkte machen, die Frage ist nur, wie viele? Und nochmal kurz der Jammer Ref da an der Outzeit richtig rückversichern, drei Punkte konnte Terminator da noch machen, bevor sie zu Boden gehen. 8 zu 0 Jam und Munich Danemein geht wieder in Führung mit 33 zu 30. Und wieder alle Blocker, zurück auf dem Track, wo sie auch hingehören, Freitengale gegen Ruthless. Freitengale versucht den Glück, der an der Outzeit-Line geht kurz aus. Und ein Power Jam, wieder für Freitengale für eine Outzeit-Line. Und ein Power Jam wieder für Freitengale. Und das ist die Möglichkeit, hier nochmal ordentlich zu punkten und die Führung hier ein bisschen auszubauen in der ersten Halbzeit noch. Super verteidigte Freie München. Ich denke, es ist insgesamt hier schon für Freitagel. Tolle Verteidigung hier auch von München vor der Jammer-Panalty. Rufless muss immer noch ihren Ender-Schafars fertigstellen. Das heißt, sie kann jetzt nämlich punkten, wenn sie wieder auf den Track zurück werden. Und Freitagel an der letzten Defensive für Bayern München nochmal. Ein Drücker Wolle. Rufless wieder zurück auf den Track. Und versucht er kurz in die Defensive gegen Jack. Und Freitagel hat 4-1-2 Punkte gemacht. Und die Jammer nach unten. Und die Jammer nach unten. Und die Jammer nach unten. Und wir müssen wieder in 4-3 mit Locker-Vorteilen am Start. Kleiner Vorteil für Peanut Butter Panic Die ist ein bisschen weiter vorne Und als Liko aus der Fett aus Aber im gleichen Moment hat man den Zahn Und das war nicht die Lücke Das war die Nein Eine Power Jam jetzt für Peanut Butter Panic Fünf Punkte für Berlin Wie gewonnen sind Theron Jetzt denkt an der Defensive hier Die Punkte auch sicher zu halten Die eben vor Frighten Game gemacht wurden Und Peanut Butter Panic über die Auszeitleiner ausgewacht Und ist kurz resetten Aber ordentlicher Offenseer von den Berlinern Die die gegnerische Rolle Die wollen das durcheinander bringen Das sind dann so Gelegenheiten wo die Mädels auch gut unterscheiden Die die Unterstützung brauchen können Dach machen ist erlaubt Bis zu deinem Wunsch Zeigen wir die Bühne Wenn da wollen an den Gemini für den nächsten Gem Oder die Bühne Was ist das auseinanderset 호ur? Da ist er vielleicht groß. 4 Punkte Klaas, Jam abgebrochen, wunderschön. 4 zu 0 für die Dynamite. Ami, ihr Kamerad. Terminator gegen Wunderbiegel. Wunderschön, herzlichen Wunderbiegel. Nur für uns genug für Terminator. Und Terminator mit schnellen Langziehen um den Track. Wird kurz zum Ruhm gereizt. Und da kommt ein Wunderbiegel. Man findet eine Wicke an der Outseite. Die ersten Punkte schon mitnehmen. Klaas kommt jetzt, welche der Jammerin ist. Schleller ist der Tag raus. 4 Punkte für Wunderbiegel und 4 auch für Terminator. Terminator bricht den Jam ab. 4 zu 4. 69 zu 51 insgesamt. Noch 10 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Und als nächstes haben wir Freutengale und Ruflos wieder. Anja Jam allein. Vorsicht, der Kopf. Hördgekopf. Hördgekopf. Gä tremelig, Hofer ist jetzt auch so weitermachen. Und schöne Defensive an der Inside hier vor den Münchnern. Aber eine Lücke außen tut sich. Wurten und hoff, der ist ausgepackt. Aber Freunden gehen mit einem frohen Story-Cross aus. Bricht den Schirm ab. Und hat eine der Berliner Blockerinnen in der Femme-Box schon mal gefangen. Kleiner Startvorteil jetzt für California Screening. Sieg Schritt an gegen 400 bei der Panic. Und wieder 4 zu 3 Blocker-Proiteil hier für München. Ja, die Femme geht zu Boden. Aber eine Blockerinnen für München auf dem Weg in die Pemme-Box. Peter Baller Panic ist eine Leadjammerin. Und auch California Screening geht durch den Fernsehn. Berlin jetzt mit 2 Blockerinnen in der Pemme-Box. Der dritte auf dem Weg dorthin. Die muss aber auf den Track zurückkehren, weil kein Platz in der Box gerade ist. Und Peter Baller Panic mit einem vollen Pass durch. Aber auch California Screening mit 4 Punkten raus. Und jetzt auch die Femme auf dem Weg in die Box. Philip Baller Panic setzt es. Und Peter Baller Screening geht durch. Peter Baller Panic bricht den Schirm ab. Und das war ausgeglichen. 8 zu 8 Punkten in diesem Jam. Stuttgart schreibt fleißig mit da oben, glaube ich. Die müssen nämlich gegen beide Mannschaften diese Saison auch noch antreten. Tiger League gegen Bernda Rohr. Es werden nur noch 8 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. 2 Punkte mit 1 da. Aber das ist wirklich nicht viel. Tiger League gegen nur 3 Blocker. Und dann ist er. Nicht viel. Ja, Monkey! Ich bin nicht viel. Und ich bin nicht gerückt. Ich bin nicht gerückt. Es werden die zu gehen. Bei den Jamer können jetzt Punkte machen. Und Tiger League bricht den Jam lieber ab. Keine Punkte verschenken. Und jetzt noch mal die zwei mit. Für mir liegt der Name alt hier. 84 zu 59. Und hierfür bist du. Und Terminator wieder auf ÖPU-Rebel. ÖPU-Rebel gegen Wunderbügel. Wunderbügel gegen Wunderbügel gegen Wunderbügel gegen Wunderbügel. Wunderbügel und Wunderbügel. Wunderschön an der Inside vorbei. Dann 4 Punkte mit. Oh und der Block der Gemma den Blocker. Ein schöner Angriff hier von Terminator gegen Maniacal Maiden. Terminator wird er noch mal übers Infield Recycle. Konnte aber die ersten Punkte auf jeden Fall schon machen. Wunderbügel geht zum Boden. Und Bergen versucht hier Terminator zu halten, dass Wunderbegen nochmal punkten kann. Und Terminator setzt hier nochmal zum Angriff an, kriegt hier Unterstützung von Quine. Und hier weiter fünfmal für Wunderbegen schon wieder an der Insiderite. Vier konnte Wunderbegen machen, 8 zu 4 für Berlin. Und jetzt ist es Quine, die den nächsten Jam aus der Penaltybox starten wird für ein Vorarmspanalty. Freitag gegen Rufus. Wunderschöner Hit hier an der Outside gegen Rufus. Wunderschöner Hit hier an der Outside gegen Rufus. Power Jam Freitag in der Penaltybox für 30 Sekunden. Rufus jetzt die Gelegenheit nochmal auszugleichen. Der Lied geht an Berlin schon mal. Elfpunkte-Differenz haben wir gerade. Und eine weitere Penalty für den Berliner Pivot. Wunderschöner Hitland hier von München. Ah, da ist die Lücke, die sich da auftut. Fünf Punkte hier von Rufus. Aber hier wunderschön, die Zeit gekillt in der Frightenedale in der Pantybox. Und aus dem Nische raus. Und Pussy Riot macht hier Platz für Rufus. Und Rufus bricht ab, das war gerade Rennzeit. Es hat keinen Punkt für Frightenedale. Also Blau hat eine Penalty gegen eine Berliner Spielerin angefragt. Aber da wir keine Runeo-Spieler in der Penaltybox haben, hat sich da nichts verändert. Frightenedale gegen Peanut Butter Panic. Und Frightenedale kriegt erstmal von Peanut Butter Panic einen ordentlichen Hit ab. Und Panic als Lead Jammer entdeckt aus. Lücke an die Insider von Frightenedale. Diesmal München mit einer Blockerei in der Penaltybox. Jungs! Panic an der Inside Line. Bette Bizarre noch zu Boden. Nehmt die vier Punkte mit und bricht den Jam ab. 4 zu 0. Diesmal für Bassett Den Roller Derby. 88 zu 80. Knack drei Minuten noch zu spielen. Das könnte noch für zwei Jams reichen. Und wenn der Wolf gegen Tiger Lily. Sieht aus, als sind die Berliner harten Chancen hier, den Vorsprung vor der Herbzeit noch einzuholen. Werner Boyd versucht sich an der Inside, bringt die Nähe hier zum Boden. Tiger Lillie hängt hin in der Viererdefensive und der Konterliebkohl für Werner Boyd. Und Werner Boyd hier richtig schnell um den Trackball im Scoring Pass. Werner schon in die Fenster mit Korner. Werner Boyd stoppt, Werner Boyd an der Inside. Werner Boyd den Jam, konnte nur 2 Punkte machen hier. Keine Verteiliger Lillie, aber der Vorsprung schrumpft auf 6 Punkte zusammen. Noch 1,5 Minuten bis zur Halbzeit zu spielen. Wieder ein kleiner 4-3-Blocker-Vorteil. Und Frighton Game gegen Peanut Butter Panic im vermutlich letzten Jam der ersten Halbzeit. Das ist jetzt die Gelegenheit noch mal ordentlich Kraft zu machen da oben. Eine gute Pöntje auch Kraft machen. pairedjalweise reingern. Das ist jetzt die Idee. Wir haben hier ein Spiel, also das ist alles. Und brech den Schirm ab, pass aus, es kriegen wir nochmal einen. Falls wir jetzt hier noch ein Teil noch sind. 4 zu 0 für Munich Dynamite. Jetzt wieder 10 Punkte im Führer. Das heißt glaube ich gerade nochmal für den Anpfiff eines neuen Jams hier. Aber gerade so eben, Terminator gegen Wunderwegen. Ja, Jams! Wir haben hier schon eine Defence für den beiden Teams. Meine Jami, ich nehme eine Eczema. Und hier hat Jami. Jetzt bin ich gewünscht. Und jetzt hat Jami der ersten Mal. Wir haben hier schon eine Refrain von beiden Teams. Der Jami, der EZB. Der Jami geht ins Deck, bricht den Jams ab. Kann sie machen. Die Pirate Club war runtergelaufen, 2 Minuten noch mal vor Ende der Halbzeit hier, 15 Minuten lang. Wir starten hier im zweiten Halbzeit. mit meinem Haube-Jau für Rudolf in Berlin. Da habe ich momentan das nicht mitbekommen am Ende der ersten Mal der Zeit. Vor der Punkt in die Frenz, die ja nicht direkt bei der Kopie, bei der Berlin und der Kostlein zugeziehen. 3, 4, 5, 1, 10, 3, 4, 4, 5, 1, 10, 3, 4. 3 Punkte für Jörg Thalermain. 14 zu 4 an diesem Champ. Jetzt kommt sie auf die nächste Sieber an. Auf der Minute der Boxman eine Worte ausgetragen. Wieder vor der Karte, die gute Melodie zu sein haben. Wunderschön, die vor der Böse der Sieber. Aber gut zu haben, dafür haben wir die Epidemiology-Box. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 ... 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